so und dann sind wir wieder zurück in der höhle des grauens man nannte das am friedhof der toten ja unter anderem nennt man das so nachdem kaios mich einmal umgebracht hat ja ich bin nachtragend ja ich auch nicht das weiß ich wohl ich kann eigentlich auch echt nachtragend sein wenn es angebracht ist nein ich sag ja wenn es angebracht ist nein doch kann ich was ist dann hä was ist dann hä hä was willst du digga ja was ist dann hä ja was weiß ich doch nicht man was denn da ist vielleicht dann freitag oder so keine ahnung ja morgens freitag ja schön mit fallen geschossen zu werden du ja nicht viel mit am hut ich treffe ja ne weißt du nicht vielleicht habe ich doch schmerzen das glaube ich nicht weißt du nicht kleiner freckl lange mich nicht wieder sterben lässt brauche schauen aber nein dann sterbe ich ja auch das ist ja auch kontraproduktiv denn hier könntest du so bei nein schleim des sammikönigs hast du den auch ich hab die quest nicht an deswegen aber du brauchst es ja ja ich brauchte es ja stimmt sonst wäre es jetzt zweimal aufgetaucht kommt man hier wieder raus am besten gar nicht okay setzt sich mal auf den reiz hier ich bin bald level 44 der wahnsinn ja unglaublich ich komme gut voran unglaublich also faktor ich werde vor ihr 135 sein und was ist noch nicht erwähnt hat unglaublich was wirst du vor der 135 sein ja macht doch macht doch wenn es dir spaß macht wo musst du hin wo sich das muss ich das ein bisschen westloch ja erst mal aus dem gefahren gebiet am besten raus da kann ich ab hilfe schaffen los rudolf ja nein das passt nicht so ganz dazu ja ich bin da passt ja das könntest du mal bitte nach ach so ich bin doch dabei naja ich nicht da sie gerade springt einfach nur so doof hier und der ja ich würde damit mal zum arzt ich sag ja wir sollten einmal in den össleturm aber du willst ja nicht ich mir bringt das halt nichts aber ja ich muss aber nach ganz oben ja da wollen wir alle hin so wie viele quest hast du denn in deinem quest lock 21 so von diesen 21 wird doch wohl irgendwas sein was nicht im iselturm ist ja monschein grab jetzt wieder monschein grab muss man das so sein und düsterer durchgang gott und düsterer durchgang dann bringe ich dich mal zum düsteren durchgang moment also ich müsste ins goblin lager ja dann gehen wir doch erst dahin da wirst du zwar niedergemetzelt und ich weiß den weg dahin noch gar nicht aber okay gut klingt gut machen war ich bringe dich erstmal zum düsteren durchgang junge wie sitzt du in den schnitten das sieht aus das sieht aus der ist ja bald wieder dabei das war nichts weihnachtliches aber erstmal kommt hallo wen das war nichts weihnachtliches ist mir egal das war nichts weihnachtliches ja okay dann war das hat die werbung von kfc was weiß ich so was brauchst du hier kennst du nicht kentucky fried chicken ja natürlich hier brauche ich baby wer bär und ein und achtmal die feuer wie wie es dann komm her ja der schnitten ist nicht so schnell auf diesem untergrund handel kennst du bei uns auf dem schnitten sitzen bleiben Nein. Doch, geh schneller. Viel schneller. Halt ich dich halt nicht? Brauchst du ja nicht. So. Los, Hubert. Hubert K. Nee, Hubert und Stahler. Kennst du den, ne? Kommst du dir nicht mit K. Ich glaube, du gar nicht zugehört. Ja, ich hör dir auch selben zu. Das weiß ich. Siehst du? Alles ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn du mir nicht zuhörst, ist das absolut korrekt. Jetzt wieder mit der Naue-E-Handlöff an. Ich lebe dir echt wieder. Ich bin mir fast ein bisschen leid. Joy, bräuchte ich theoretisch nur noch sieben Feuerwegings. Ich weiß. Okay. Ich bin euch viel. Und wenn sie hält und du fachst sie alle ab. Ah, der eine ruf wir nicht. Auch okay. Ah, mal schüttend hier durch. Bring dich an einen Ort, wo es mehr Feuer wie Wies gibt. Okay. Seattle? Nee. Mittelerde? Nee. Hogwarts? Nee. Okay, mehr fällt mir gerade nicht gleich. Das ist gerade vom Rebstock. Das wäre das nächste gewesen. Ja, aber sicher doch. Bleib auf deinem Schlitten. Ja, ich mach doch gar nichts. Wenn du da kaputt gehst, ist das jetzt deine Sache. Ich soll auf meinem Schlitten bleiben. Hier gehe ich nicht mehr kaputt. Das sagst du jetzt. Und gleich bist du am Heulen. Nö. Nicht? Na gut. Ey, du hast ja bald Geburtstag. Weißt du, wie dein Jahr älter, ne? Ich hab doch kein Problem mit. Ich auch nicht. Nein. Ich hab doch kein Problem mit. Nein, du doch nicht. Deswegen gibst du dich auch immer als 21 aus. Das ist was anderes. Das ist ja nur Spaß. Ja, ja. Du, ich hab doch kein Problem mit. Man wird sowieso älter, ob man das nicht will, oder nicht? Es sei denn, du verschweißt den. Alter. Ey, kommst du mal hierher? Abgesehen davon, man ist so jung, wie man sich fühlt. Schreibe mich nicht immer so an, Mann. Ich weiß nicht, rennt weg, wer da angegriffen wird. Wer? Du wirst hier platt gemacht. Ist dir das eigentlich... Ja, du, wer sonst? Der Nikolaus, oder was? Ja, ich bin da gerade der Nikolaus, ja. So, wie viel brauchst du noch? Kein. Ach, und das sagst du mir jetzt. Ja, das war der letzte. Entschuldigung. Ach, geht doch. Ich dachte, ich wäre jetzt hier 13 Mal durch die Gegend gelaufen und hätte hier alles getötet, einfach nur. Nein. So, was brauchst du jetzt? Och. Darf ich kurz nachgucken und das abgeben? Nein. Ja gut, dann guck ich halt nicht nach. Doch, guck nach. Jetzt. Die Frau macht mich fertig, ey. Oh, du Scheiß. Oh, du Scheiß. Ey, ich glaub, du wirst irgendwann echt mal ein Untergang sein, ey. Ja, ich hoffe. Ja, ich hoffe. Ja, ich hoffe. Ja, das ist... Ja, für dich ist es gut. Ja, aber für dich nicht. Nö, kann ich dich da allein lassen, oder? Ja, ja. Warte, wir gehen jetzt mit einer L drin. Hast du da noch eine Rolle von? Äh, ja. Gut. Dann gehen wir da erstmal hin, weil dann kann ich da erstmal verkaufen. Gute Idee. Gott, steck mal diesen Scheißschlitten ab, ey. Jod. Warte auf. Oh, alter Ringer. Nee. Müsst du da nicht mehr. Lässt du dich nicht mehr ansprechen. Also ich kann ihn ansprechen. Ja, ich nicht. Nein, mach dir mal Gedanken. Ihn hier kann ich ansprechen. Oh, alter Verkaufen. Alter ist weg, was keine Miete zahlt. So ist es. So, und Steinchen kaufen. Jupp, hab ich dann auch gemacht. Ich kann 142 Lebenssteine tragen. Ja, und? Und du? Keine Ahnung, ich hab mir von jeweils nur 50 jetzt geholt, das reicht. Ja, guck doch mal nach, was dein Maximum da ist. Ah, und wie sehe ich das denn ein? Indem du ihn anklickst, Heißsteine kaufst und einfach nur mit dem Haussager drüber gehst. Da steht aktuell und Maximum. Maximum 125. Und äh, bei Heilstein und bei dem Stein sind es 109. Süß. Ja, ne? Dauert noch ein bisschen. Ja, ja, mach du mal. Ah, jetzt. Ne, jetzt musst du kurz warten. Du hast gesagt, dauert ein bisschen. Äh, komm mal dahin, wenn dir jeder macht, was er will. Hier können wir nochmal bei den Zaubern gucken. Warum ist das hier eigentlich immer so leer? Hier ist kein Schwein. Ich hab das Gefühl, weil auf dem Zauberkommen noch anders ist. Deswegen sind wir ja hierher gegangen, damit wir hier in Ruhe spielen können. Ohne dass das hier die ganze Zeit am Haken ist. Ah, so ein bisschen vermisse ich das. Wir, äh, das Gehake? Nein. Konnt man ja nicht mitspielen. Geh mal bitte zu seiner Klerikatur und guck, ob du was kommen kannst. Jawohl. Oh ja, kann ich. Siehst du? Alter. Was? Doppelschlag geht schon bis Level 7? Mich verarschen. Heilung geht schon bis Level 10. Ja, das kannst du dir ja nicht alles komplett kaufen. Ein Mehrfachstoß geht auch bis 5, aber 5 ist schon, benötigt das Level 52. Das ist ja nur das Kuchen, was da auch mit deinem Level vorhanden ist. Mhm. Du hast recht. Ja, ich weiß ja nicht, Rita. Natürlich habe ich schon. Das musst du mir nicht sagen, ich habe ja immer recht. In einem Spiel bin, in dem ich mich auskenne, ja? Ja. Ja. Ja? Ja, ja. Alles gut. Heilung Level 10 kannst du dir auch erst ab 57 holen. Ich weiß. Deine Heilung geht gerade mal bis 6. Ich habe dich gar nicht verstanden, die Verbindung war so schlecht. Huh, das geht ja schon mit 10. So, weißt du, nee, komm, wir gehen den dritten Weg. Ich bin hier lang, du bist da lang. Tschüss, nee. Dann gehst du aber nicht ins Wurtschein-Grab. Haha. Ist mir scheißegal, ist mir scheißegal, ist mir scheißegal. Ich mache irgendwas anderes. Ich bin schon zufrieden. Hey, komm her. Ja, ich wollte doch nur aufsitzen. Ja, ja, das sagen sie alle. Ja, dauert ja kurz, bis das Ding da ist, ne? So, kommst du im Monschein-Grab alleine, klar? Ja. Wirklich? Ja. Wirklich, wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Okay. Wirklich, wirklich, wirklich. Okay. Endlich ist sie weg. Was? Ja, das Problem ist, sie weiß halt nicht, wie ich zum Gubbelnlager komme. Ich muss jetzt tatsächlich einmal im Internet gucken. Macht doch nichts. Ich habe jetzt meine letzte Rolle zu den Sandigen Hügeln verbraucht. Das Gubbelnlager wird hauptsächlich von Spielern betreten, deren Level zwischen 40 und 50 liegt. Und wie komme ich da hin? Das ist die Frage, welche? Welcher? Und falls sie es noch nicht erwähnt hat? Oh Mann. Okay. Also eigentlich müsste man doch von hier aus dahin kommen. Hm. Hm. Ist ja auch alles aufregend. Ich gucke mal, ob wir ein Lager haben, aber von da aus gibt es keiner. Gut. Ich gucke mal von Uruga aus. So, Durchgangsschlimmer, Waldgurdenhöhle. Das ist Schluss. Hm. Ich bin jetzt zwar schon in der nächsten weiteren Stadt, aber... Ja? Oh, hier sind sogar mal welche. In Uruga. Aber ich komme mal... Von hier aus weiß ich halt den Weg auch nicht, ne? Nee. So, Durchgang 2. Oh nö. Sofort Platz. Gut, gehe ich mal nach Rumen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier muss. Ich wande da jetzt einfach nur von Ort zu Ort. In der Hoffnung, dass ich irgendwo finde, wo ich lang muss. Alter, schaffst du schon. Ja, in drei Jahren vielleicht. Ja, in drei Jahren vielleicht. Das ist schlecht. Du musst auch noch ins Goblin-Lager. Ich muss überhaupt nichts. Doch, musst du. Nein, muss ich nicht. Doch. Wenn du weiterkommen willst. Oh, du bist anstrengend. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder anstrengend? Gut. Was ist das denn? Ach so. Was? Nee, alles gut. Nein, bist du nicht. Gott. Wer sagt das denn? Du? Nein, das war nur Spaß. Wie ist denn doch? Nee? Ja, ja. Wie, jetzt nicht? Ja, doch. Hi. Was ist denn hier? Wir versuchen, den Weg zu finden. Das macht Sinn. Zu dem Ort, zu dem ich hin muss. Ich war noch nicht so oft im Goblin-Lager. Wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Doch, mit meinem allerersten Schar. Der Level 62 oder 63 ist. Mit dem war ich da schon. Oh, ich habe aber Viecher gefunden. Oh, ich hatte Weg zum Goblin-Lager. Sehr gut. Und sogar Viecher, die ich brauche. Hier drin schon. Das ist ebenfalls, denke ich mal, gut. Ähm, musst du zufällig auch in windige Höhlen? Du musst zu einer 30er-Quest sein. Höhen-Erz-Magie-Bücher. Habe ich jetzt zumindest... Wie, windige Höhlen? In die windigen Höhlen. Nee. Okay. Habe ich tatsächlich nicht. Äh... Sicherheitsproblem in Ruhme 2 wäre das. Ach so, warte... Ach so, warte... Sicherheits... Sicherheits... No. Oder habe ich die angenommen? Warte mal. Ja, jetzt... Nee. Das ist ein 30er-Quest, ne? Hast du gesagt. Müsste. Also zumindest sind das ja halt 30er-Gegner. Nipp. Okay. Oder du hast sie noch nicht angenommen. Hast du auch schon bei den Nicht-Angenommenen geguckt? Ja, ja. Da habe ich als erstes geguckt. Da ist sie nicht bei. Okay, das ist seltsam. Ja. Nee, das sehe ich nicht. Hm. Seltsam. Ja. Wird ich jetzt... Vermutet. Nipp. Nippe-di-nipp. Nippe-di-nö heißt das. Wie auch immer. Nippe-di-nö. Ach, nö. Nippe-di-nö. Ja, nö. Alt. Okay, hier sind sogar 42er, aber das ist eine andere Quest. die ich jetzt hier habe. Proc und ich, aber die kannst du noch nicht haben. Das ist der 40er. Mein Proc und ich. Doggy. Proggy, Proc, Proc. Proggy, Doggy. Oh, Doggy mit Proc. Ja, das auch. Und, löpft's bei dir? Ja, soweit. Das ist gut. Soweit so gut. Das ist gut. Sehr gut. Brauche ich dir noch einen Proc? Da ist noch ein Proc. Vielleicht die Quest nämlich auch abgeben. Oh, und eine neue Quest. Proc und ich zwei. Okay. So kurz vor der 44. No. Das schaffst du. Ja, spätestens jetzt im Goblin-Lager. Na, siehst du. Oh, es gibt nur drei Leute, die zurzeit online sind, die in der Nähe von meinem Level sind. Tschüss. Binko, Christiane F. Und Lotusfalter. Klerika, Schoko und Klerika. Ein Lotusfalter? Wer kennt ihn nicht? Oh, es ist voll da. So, und auf ins Goblin-Lager. Endlich den Gefehl gefunden. Direkt bei den Viechern, die ich brauche. Das ist gut. Oh, sind die stark. Oh, sind die stark. Gelb. Vom Namen her. Also, eigentlich normal. Trotzdem. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Jetzt musst du dich ein bisschen anstrengen, Mike. Nö. Nicht unbedingt. Okay. Das geht. Na, dann hoffentlich nicht. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. So. Ah, durchs Grab im Rehstock wäre ich ja auch noch hingekommen. Verborgene Gipfel, eingestürztes Gefängnis. Und gerade im Rehstock, okay. Ja, wirst du dich drauf freuen, wenn du hier in dem Gebiet bist. Also, wenn ich mich nicht drauf freue. Doch. Stimmt, wirst du das. Ja, wenn du das schon so sagst, wahrscheinlich eher bestimmt nicht. Doch, bestimmt wirst du das. Oh, eine Sandratte. Oh, welches, welches, wer hat die Sandratte? Oh, 48. Oh, die Sandratte ist weg, Gott sei Dank. Ich bin tot. Was? Na ja, es haben gerade so vier Füchse auf mich eingeprügelt. Da kann man schon mal umfallen. Schwächling. Ich bin auch kein Krieger, verdammt nochmal. Aber ein Icker. Aber ein was? Ein Icker. Kleriker. Icker. Ecker. Ecker. Wie geht's, Ecker? Bitte nicht. Was tut denn? Nichts. Alles bestens. Wirklich? Ja, ja. Gut. Selbstverfreulich. Ah, Werbär. Der Werbär. Und so viele neue Quests. Das freut dich doch. Ja. Das ist toll. Okay. Das ist wirklich toll. Ja, ich sag doch gar nichts. So, ich will dich nicht sehen. Das machen wir einmal. Machen wir. Goblin-Trophäe. Äh, Werbär-Achselhaare. Okay. Werbär-Klaue. Und eine geht noch. Goblin-Kämpfer. Das gibt es. Das gibt es. So, dann nehmen wir einmal die Aktelhaare und die Klaue. Das gibt es. Wahnsinn. Nichts. Oh, obras. Well, die Monster, die Monster, 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 Party, ja wahrscheinlich, wenn sie da alle aufeinander hoffen. Kennste das Lied von den Ärzten nicht? Nein, kenn ich nicht. Wusen ich, dann, ja, äh nein. Oh doch, wenn du schon sagst ja, dann ist es eigentlich für mich nein. Oh doch, klar, die Ärzte? Ich kenn die Ärzte, aber ich kenn jetzt nicht jedes Mal von denen. Ja, aber dann kann's ja nicht schlecht sein, wenn du die Ärzte kennst. ich kenne nicht viel von ihnen aber es ist schlecht das kann ich nicht beurteilen doch ich kenne das doch nicht man hat das können nein nein keinen scheiß und dann gibt es ja ein 1 1 1 1 1 1 2 oder chaos wieso naja weil ich jetzt erst mal zu dir hinreiten müssten für ein bild das ist ja auch blöd Siehste? Ja, dann ein Bild ohne Kaios. Ja, ohne Kaios Locus. Nee, da muss ich grad nicht. Da liegen noch Achselhaare. So, dann nimm sie doch mit. So, dann stell ich mich einmal hier kurz hin. Und wir sehen uns im nächsten Paar. Tschau.